Ich bin die Carmen Jenisch, habe vor fast elf Jahren eigenen Rewe-Markt übernommen als Rewe-Partner-Kauffrau. Prenzlauer Berg hat natürlich so ein bestimmtes Feeling, was mich schon gereizt hat. Ich habe einen fast 14-jährigen Sohn, also er ist jetzt 13 und ist mit vier Jahren zum SV Karo, demzufolge auch ich als Mama. Ich habe dann mit kleineren Aufgaben angefangen, das Team zu unterstützen, in einer ehrenamtlichen Tätigkeit die Trikots mal zu waschen, für Proviant zu sorgen. Ich bin dann auch diejenige, die läuft und die Wasserflasche holt, wenn sie in der Kabine vergessen wurde. Gerade Kinder kommen öfter mal zu kurz und da war es mir sehr wichtig, gerade in diesem Bereich eben zu unterstützen. Also ich wurde tatsächlich schon mal angesprochen, ob ich die Frau bin, deren Name auf den Trikots von den Kindern zu lesen war. Die Jungs sind mir natürlich über die Jahre ans Herz gewachsen.